Servusle, grüßt euch! Willkommen zurück bei Minecraft mit dem Voucher und mit dem Alterle. Und mit einem der Pferde, die habe ich schon vorbereitet. Da steht es geschniegelt und gebügelt. Die Beine sind rasiert, wie man sieht. Und wir ziehen los. Rasiertes Bein, weißt du? So, stopp, Alterle, mach hier wieder zu. Da sind ja schon andere Tiere mittlerweile drin. So, ich will eigentlich gar nicht großartig rumeiern. Wir gehen direkt rüber, leeren die Taschen einigermaßen aus. Nehmen uns ein Rucksäckle, weil irgendwo haben wir bestimmt noch ein Rucksäckle rumliegen. Ein Rucksäckle und dann hauen wir uns direkt nach Westen und dann nach Norden zum Esel. Und den möchte ich einfach nur heimholen. Und dann bauen wir weiter. So langsam steigt in mir die Motivation auf, dem Bauernhaus ein Dach zu verpassen. Da werden wir wieder schön mit Zimmermannsblöcken unterwegs sein. Langsam hier, Alterle. Du bist zwar ein junges Pferd, aber du hast einen alten Reiter. Einen alten Alterle. So, yay! Guck dir das an, wie schnell wir jetzt das Gebiet wechseln können. Ich brauche da noch nicht mal im Vorfeld viel Zeit. Ich kann einfach mit euch rein. Wir machen einen kleinen gemütlichen Ausritt. Der Esel, Leute, der Esel, unsere Gruschel, die wir jetzt holen, die macht sehr viel Sinn. Ich habe mir überlegt, wir werden vielleicht zukünftig, wenn wir auf Reisen gehen, auch den Esel mitnehmen. Ich muss das allerdings mit der Leine dann nochmal trainieren. Dann muss ich nochmal gucken, wie das geht. Ob ich da ein Stück Zaun immer dabei haben muss. Damit wir auch ein bisschen weiter rauskommen aus der Map, weißt du. Und er hat nämlich eine Kiste dabei und da kann ich alles Wertvolle einlagern. Und wenn ich dann mal sterbe, dann hat der Esel immer noch die ganzen Sachen drin, weißt du. Und wenn ich meine Sterbestatistik mal so angucke, das geht ja dann Platz 1. Der Esel fällt aus hohen Höhen oder so irgendwie, weißt du. Hast du jetzt da gerade ein Glas gesetzt auf dem Pferd? Mein Alterle bastelt hier auf dem Pferd sitzen seine Sachen. Ist das nicht der Wahnsinn? Hier müssen wir ein bisschen breiter machen. Alles klärle. Was habe ich Ihnen jetzt gerade erzählt? Genau, meine Sterbestatistik. Also Tod Nummer 1, glaube ich, müsste bei mir sein. Fällt aus hohen Höhen. Fällt tief hinunter. Was weiß ich. Stirbt durch Aufprall. Dann kommt, stirbt in der Lava. Und dann müsste irgendwann kommen, stirbt, weil er verhungert ist. Und ganz am Schluss erst mit den Monstern. Das heißt, im Normalfall zu 90% überlebt ja unser Esel. Wenn ich mal irgendwo runterknalle. Deswegen werden wir mal eine Reise machen. Die nächste Reise nehmen wir einen Esel mit. So, wie sieht es aus? Hier, alles klar. Servus. Hat er zugenickt? Gertle, warst du eine neue Freundin, Gert? Habt ihr mal gesehen, dass es immer mehr Schmetterlinge werden bei uns? Also mal davon abgesehen, dass auch in den Höhlen Schmetterlinge drin sind. Es werden immer mehr. Und die blauen gefallen mir so gut. Die da. Die, die finde ich super. Die finde ich echt super. So. Na ja, komm. Dann lasse ich dich hier einfach mal stehen, würde ich sagen. Wir hüpfen runter. Wir hüpfen. Wir hüpfen runter. Stopp, Alterle. Ich will reingucken in dich. So. Ne. Wie war das? Wie, wie, wie kann ich? Ah, guck mal. Ich brauche gar nicht absteigen. Dann nehme ich dir erstmal die Rüstung. Als erstes nehme ich dir die Rüstung. Dann nehme ich dir den Sattel, mein Freund. So. Viel Spaß, Alterle. Mach's gut. Ich wollte ihm nur einen Klaps geben. Jetzt ist er sauer. Und er greift an. Okay. Wir gehen zurück. Die Kürbis ist eine gute Idee übrigens, dass man die zurückschüsseln kann. Wenn man Platzmangel hat, macht das bestimmt Sinn. Aber ich habe ja nächstes Jahr vor, die wieder rauszuholen. Dann müsste ich sie wieder zurückschüsseln. Und aus dem Grund dachte ich mir, wir haben so viel Platz noch übrig. Ich baue die so in den Schrank drüben rein. Wir haben ja echt genug Platz. Das einzige Problem ist tatsächlich, guck dir mal hinten, es wird immer mehr. Ich mag das ja. Ich weiß auch nicht. Also so in manchen Bereichen mag ich einfach ein bisschen Überfluss. Ich weiß auch nicht. Das gefällt mir. Wir bräuchten gar nicht so viel. Guck mal. Es ist einfach schön, das mal so gesehen zu haben, finde ich. So, Alterle. Brote musst du auch noch gleich. Das machen wir jetzt gleich. Brote. Dann schauen wir nach einem Rucksack drüben. Räumen die Taschen leer. Und dann hauen wir ab. Dann hauen wir ab. Dann sind wir spätestens morgen Abend wieder zurück. Also mit der morgigen Folge dann in dem Fall. Wie es sich anhört. Morgen Abend sind wir wieder da, Leute. Entspannt euch. Sagt daheim Bescheid. Ihr kommt wieder. So. Oh. Da ist ja auch noch jede Menge. Da ist ja auch noch jede Menge. Jede Menge Kürbis. Wie sieht denn das jetzt aus? Passt das jetzt alles hier aufeinander? Ja, guck mal. Guck mal. Das wird schon. Lass uns das mal einräumen. Weißt du? Dann kann ich dann nächstes Jahr sagen, okay. Jetzt nehmen wir mal 17. 17 waren es, glaube ich. 17 verschiedene Kürbisse. Wir nehmen uns von jedem mal zwei raus und schmücken das Haus. Dann nehmen wir wieder von jedem zwei raus und schmücken das Loft und so weiter. Weißt du? Ihr wisst, was ich meine. Ist natürlich die Frage. Ist natürlich. Ist ja noch eine Weile hin. Also ich mache jetzt natürlich hier keine fetten Pläne für Halloween nächstes Jahr. Aber so ein bisschen drüber nachdenken tue ich schon ganz gern. Jetzt pass mal auf. Jetzt nehme ich das hier wieder raus und setze einfach das jetzt hier so rein. Alles klar. Weißt du, was ich meine? Das ist ja jetzt eine Aktion, die ist einmalig. Das hebt jetzt ein ganzes Jahr. Ich könnte natürlich auch hergehen und ein bisschen schlauer sein, indem ich jetzt einfach hier viel, viel mehr. So. Dann machen wir das so. So und so und so. La 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 la. Tja, ihr habt jetzt wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass ich momentan die Kommentare immer mehr oder weniger abends beantworte. Das liegt daran, dass ich das momentan so ein bisschen komprimieren muss, weil ich tagsüber ganz, ganz oft gar nicht da bin. Und deswegen kommt es manchmal geballt dann am Abend oder am Nachmittag, wie ich gerade Zeit habe. Ich versuche mir halt einmal am Tag einen Blog zu nehmen. Guck dir das an. Das sieht doch nett aus. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Und da können wir auch nächstes Jahr sagen, hier, das Gesichtler brauchen wir dieses Jahr nicht. Weißt du? Super, jetzt pass auf. Genau, also Kommentare beantworte ich momentan so ein bisschen zentral an einem Punkt am Tag. Nur, falls sich jemand wundert, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. Also, wenn jemand morgens schreibt um halb sieben und ich tatsächlich dann erst nachmittags hier bin, meine Clips muss ich ja machen und so weiter und so fort, dann kann es schon mal auch ein bisschen später werden. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass ich da momentan so ein bisschen rumprobiere, weil es wird auch ein bisschen mehr. Und ich möchte es natürlich nicht irgendwie schleifen lassen. Deswegen komprimiere ich das mal auf einen Tag, weißt du? Äh, auf einen Punkt am Tag. So. Rucksäckele, Leute. Was immer auch, wenn wir auf Reisen gehen, das haben wir ja extra dafür gemacht. Ich will ja nur den Esel holen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nichts zum Abschneiden oder so. Das können wir heute alles mal hier lassen. Den Atlas haben wir eingesteckt. Unser Kopieatlas ist hier. Eimer brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Die Rucksäcke waren oben. Wir machen uns mal einen Rucksack leer. Das könnte unter Umständen sein, dass wir dann jetzt erst morgen loskommen. Je nachdem. Ist das nicht der Hammer? Jetzt benutzen wir es schon, weißt du? Jetzt haben wir es eingerichtet. Jetzt fangen wir schon an, es langsam zu benutzen. Es fließt jetzt in unseren Tagesrhythmus hier mit rein. Und das finde ich richtig klasse. Hier haben wir ein Glas. Das können wir hier mit rein machen. Schau dir das an. Flupp, weißt du? Gleich aufgeräumt. Die Erde nehmen wir natürlich mit. Bei Erde weiß ich es nie. Das nehmen wir auch mit, falls wir es brauchen. Hier haben wir noch ein dunkles Glas. Das habe ich vom Loft drüben mit rüber. Das können wir hier drunter setzen. Das müssen wir dann schüsseln, wenn es so weit ist. Das lassen wir auch hier. Und jetzt schauen wir mal hier rein. So, pass auf. Großer Moment in einem kleinen Leben. Das war klar. Das war klar. Also der ist knallevoll. Und auch nicht mit irgendwelchen Sachen, die ich mal ganz kurz weiß, wohin damit. Hier ist viel Farbstoff drin. Den machen wir leer, Leute. Den machen wir leer. Den Rest schmeiße ich dann grob in die Kisten. Zum Beispiel, zum Beispiel. Machen wir das so. So. Und so. Das mache ich dann hier hin. Das kann dann auch noch eine Ebene hoch schon mal. Das auch, das auch. Dass ich da unten mal komplett frei habe. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt nämlich der Trick. Der Trick des Lebens. Oh, mit den Blumen. Was war denn mit den Blumen? Haben wir die nicht mitgenommen absichtlich? Wollte ich nicht mit den Blumen irgendwas machen? Rhabarber. Rettichsamen. Erbsen. Birnen. Muskat. Ja, jetzt erinnere ich mich. Langsam kommt die Erinnerung. Das muss alles mal hier bleiben als erstes. Das muss erst mal hier bleiben. Da brauchen wir tatsächlich noch Alderle. Das muss ja eigentlich rüber ins Luft. In unseren Gartenbereich, wenn wir mal ehrlich sind. Da muss man irgendwie, brauche ich da ein System. Das muss ich mir überlegen. Äpfel brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Alles Grünzeug mache ich jetzt mal hier runter. Hier sind auch noch acht Brote. Matschball. Weißt du was? Wir machen es uns einfach. Ich räume nur die Farbstoffe weg. Und alles andere fliegt jetzt erst mal hier in die Übergangskiste. Was war denn das? Was war denn das hier? Was habe ich denn da gerade gesehen? Einen Wandhalter. Den will ich noch probieren, wie das aussieht. Den nehme ich gleich mal mit rüber ins Bauernhaus. Einen Wandhalter. Muss man natürlich mal probiert haben. So, das bleibt alles hier. Das bleibt auch alles hier. Pferderüstung nehme ich natürlich mit. Einen Wandhalter, den probieren wir gleich ganz flockig. Da kennen wir nichts. Das wollte ich da behalten. Alles klar. Wo ist denn jetzt der Rucksack? Hallo? Hä? Haben wir den jetzt aufgezogen? Ne. Das muss ja dann sein. Habe ich den Rucksack jetzt wieder eingeräumt? Voucher live. Voucher live. Da kennt er nichts. Na, na, na. Brote ist klar. Das kommt rüber. Das kommt rüber. Das kommt hier. Das bleibt in der Kiste. So, ich habe es, Leute. Wir haben es. Siehst du, so schnell haben wir einen Rucksack freigemacht. Warum nehme ich jetzt einen Rucksack mit? Einfach nur, dass ich es auch nach Wanderung anfühle wahrscheinlich. Brot nehmen wir mit rüber. Das bauen wir gleich durch. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Wanderer will ich probieren. Rucksäckle. Ist er jetzt auch wirklich leer? Ne, die Farbstoffe noch. Die Farbstoffe noch, Alter. Die machen wir jetzt noch. Lam, 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 Lam. Wir kommen heute los. Wir kommen heute los. Zack. Das Bett nehmen wir auch mit. Das steht drüben. Und das war es eigentlich. Werkzeuge haben wir ein bisschen. Ich will ja nur den Esel holen. Ich möchte ja nur die Krustel holen, dass wir das mal da haben. Da freue ich mich jetzt drauf. Deswegen machen wir das jetzt ja auch. Jetzt pass auf, Leute. Hier ist Farbstoff hellgrau. So wie dieser hellgraue. Dann haben wir rosa. Schwupp, schwupp, schwupp. Bam. Dann haben wir hellgrün. Schwupp, schwupp, schwupp. Bam. Da, irgendwann werden wir es doch automatisieren, glaube ich. Aber das sind ja jetzt halt geballte Auf... Was ist denn das hier? Was ist denn das für eine Farbe? Magenta, Alter. Die Magenta gehört ja dann hier schon dazu, wenigstens. Orange. Da wäre wieder Orange gewesen, siehst du? Rot. Und Kaktusgrün. Das war es, Leute. Sattel haben wir. Jetzt habe ich den Marmor mit. Oh, da sind auch noch welche. Jetzt habe ich den Marmor mit. Den habe ich nicht gesehen, den Blog. Blauer Farbstoff. Ey, das war der Lapillazolid. Dann kommst du mal drunter. Ja, komm, dann mach es gleich richtig. Bautschau, mach es gleich richtig. Mach es gleich richtig. So. Lapillazolid drunter. Und das hier drüber. Und Violett. Pam. Und hellblau. So, jetzt aber. Der Marmor, den haue ich drüben nochmal weg. Haben wir drüben was? Ist jetzt eigentlich egal. Ist jetzt eigentlich egal, ob wir drüben was haben oder nicht. Ich schmeiße ihn jetzt erstmal hier hoch. Genauso wie ich das und das hier hochschmeiße. Allerdings sollte ich nicht alles hochschmeißen. Sonst haben wir das Problem wieder. Wenn ich sterbe, ist es wieder vorbei. So. Aber ich bin ganz froh, dass wir auch mal zusammen uns einfach die Sachen herrichten können. Dass ich das nicht immer alles vorbereiten muss. Ich habe so viele Spiele, wo ich was vorbereiten muss. Dass ich es bald ja selber nicht mehr erblicke. So, Rucksäckle da hoch. Dieses Mal passiert mir das nicht, dass ich ihn auf den Buckel ziehe. Und ab geht's. Hey, wir haben noch Zeit. Ich dachte gerade, die Zeit wäre schon rum. Ich schwallere hier und gebe voll Gas. Dabei haben wir ja noch Zeit. Da kommen wir heute auch zumindest schon mal die Strecke nach Westen. Wir gehen nach Westen, um dann nach Norden zu zischern. Habe ich hier nicht? Weil das wollen wir doch auch mal probieren die Tage. Hier habe ich nämlich noch Kisten. Ja, hier sind doch Trichter und so. Schon mal noch aus der Maschinenzeit übrig. Und was ist denn hier? Ah, hier war der Zaubertisch. Der kommt ja rüber. Deswegen habe ich den nicht mehr fertig gebaut. Nicht, dass ihr denkt, ich lasse da locker. Der kommt rüber. Weißt du? Der kommt in den Turm. Wenn die zweite Ebene steht, werden wir das schön einrichten. Zaubertürmle. Vielleicht stellen wir uns auch einen Plattenspieler hin. Mal gucken. So, wir nehmen das Bett noch mit. Die Brote müssten durch sein. Dann jage ich jetzt gleich noch mal eine Kiste Brote durch. Das reicht uns nämlich dann auch. Weißt du? Ja, guck dir das an. Vier Brote. Das reicht locker. Wir kommen ja wieder zurück. Was waren hier noch? Das müssen wir beim nächsten Mal aufräumen. Die Margariten will ich oben noch setzen. Alles klar. Was wollte ich denn? Ach, den Wandhalter habe ich jetzt hier in der Hand. Was macht man mit so einem Wandhalter? Ist es hier eine 3? So. Jetzt habe ich den Wandhalter hier, ne? Haja. So, ne? Wenn jetzt jemand hier was hinhängen will. Keine Ahnung. Was macht man mit dem Wandhalter? War das denn etwas, wo Blumen gehalten hat? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich leider nicht mehr. Gibt da was Schlimmeres. So, komm. Halt. Mist. Mist. Nicht. Nicht durchjagen. Danke. Weil jetzt geht es nämlich auf, weißt du? So. Alles klar. Okay, wir haben es, oder? Wir haben alles. Wir schlafen jetzt nochmal. Dann bauen wir das Bett ab. Das Kuschelteam muss auch wieder hoch. Also so ein bisschen aufräumen muss ich halt noch. Mal am Wochenende vielleicht, wenn ich Zeit finde. So, Bettleck kommt mit. Und? Wir können los. Wir können los. Wir müssen, wo müssen wir denn hin? Hier hin. Ne. Heißt halt schon ein Stück, ne? Ist halt schon ein Stück. In die Richtung müssen wir auf jeden Fall jetzt losmarschieren. Dann essen wir gleich was und dann geht es ab. So. Den Brösel muss ich noch überholen. Hast du natürlich recht gehabt, ne? Den wollte ich eigentlich auch überholen. Weil da sind noch ganz viele Materialien drüben, die wir noch in der Kiste haben. Den ganzen Cobblestone und so. Das wollte ich dann zusammen mit dem Brösel vorholen. Und dann habe ich vor lauter Schwallern alles vergessen. Also das machen wir tatsächlich noch die Tage. Das müssen wir auch mal rausholen. Nicht, dass das hier irgendwann fault. So. Auf geht's. Eine kleine Reise. Die tut uns gut. Wir holen Krustel ab. Ich hoffe, die steht natürlich jetzt noch da. Sind ja schon wieder 100 Tage wahrscheinlich vorbei, als ich die das letzte Mal gesehen habe. Aber wo ein Esel ist, sind meistens auch noch mehrere. Das ist ja auch bei uns im Real Life so. So. Also wo ich bin, da gibt es auch noch andere Esel. So habe ich es gemeint. So. Dienstag, Leute. Dienstag. Wir schnalzen schon wieder auf den Freitag zu. Ab wo ist denn hier für uns Neuland? Ab dem Weltle da hinten. Bin ich mal gespannt. Essen haben wir genug dabei. Das reicht für hin und zurück. Natürlich halte ich die Augen offen. Wenn wir jetzt irgendwo eine Location hier sehen, dann schauen wir uns sie schon an. Dann würde ich sagen, verfahren wir nach dem Motto, wenn wir schon mal da sind, dann bleiben wir auch hier. Ein Möhnle. Guck mal, da kann man nämlich auf und zu. Auch den Mohn sollten wir wieder einsammeln. Da haben wir ja unser Mohnfeld. Die Bäume kommen ja da wieder weg. Da machen wir wieder die drei kleinen Birken hin. Alter, das ist aber auch schön. Das ist aber auch schön. Da will ich jetzt mal erst da außen rum laufen, bevor ich hier... Ein kleines Schweinle. Hola, Trio. Ein kleines Schweinle. Hier waren wir schon mal überall. Das heißt, ich muss tatsächlich jetzt doch hier rüber. Ja, trockenen Fuß ist nach Möglichkeit. Ja, einfach eine kleine Reise. Ich freue mich gerade tierisch drauf. Nicht, dass ich jetzt Bock jetzt schon wieder einen großen Ausflug zu machen. Aber guck mal, wie viel Gebiet wir angewässe. Man kann jetzt nicht weiter raussuchen, aber da gibt es doch noch viel mehr zu entdecken, als das bisschen, was wir gesehen haben. Wir haben doch wirklich noch nicht viel. Jetzt muss ich mich nur einigermaßen einrichten, dass ich ungefähr weiß... Ja, ja, komm, dann müssen wir eine ganze Weile geradeaus. Dann tun wir das. Dann tun wir das. Dann tun wir das. Ich mag es übrigens auch, dass wir keine Minimap haben. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ist zwar schön gewesen damals, als ich die kurzzeitig mal drin hatte. Aber so fällt es mir eigentlich auch ganz gut. Weil... Ich will die ja gar nicht immer haben. Einfach so rein und ganz unkontrolliert hier die Welt erobern. Mittlerweile bauen wir ja viel. Wir erobern ja weniger. Stopp. Hier fühlt es sich an, als wir etwas gucken. Alter, du hast gar keine Erde. Du hast ja gar keine Erde, aber... Soll ich dir eine Erde hin machen? Ja, aber dann mach es richtig, Voucher, wenn du schon so tolle Ideen hast. So. Jetzt muss ich wieder gucken, wo ich bin. So, passt noch. Da vorne kommt ein neues Biome. Ein neues Biome, Leute. Wir müssen rechts und links abzuladen. Was hängt denn da dran? Ein Duftfahn. Jedes Mal, wenn ich den Duftfahn sehe, sammle ich ihn ein. Und ich kann euch nicht sagen, wo die ganzen Duftfahrends sind. Wir haben bestimmt 400 Duftfahrends schon eingesammelt. Hier, ne? Vielleicht kann ich mir ja so ein Duftfahn ins Schlafzimmer hängen. Ha! Weißt du? Warum nicht? Können wir ja mal probieren. Dann haben wir Waldduft. Okay, was ist denn das hier für ein Biome? Was sieht man das? Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Niedrigbaum-Bio. Da hinten ist Flachs. Alter, das hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal... Fichtenspargel. Fichtenspargel. Spargel ja, aber Fichtenspargel, nö. Fichtenspargel kannst du selber essen, kleiner Wald. Da vorne ist irgendwas. Da ist was, Leute? Da ist was. Der Entdeckerkran. Ne, ist nur ein Erdhaufen. Aber warum sitzt hier so ein Erdhaufen? Ist das Waldboden? Grasblock? 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 Ne, ist normale Erde. Wir wollen ja auch noch unseren Waldboden eigentlich, ne? Für den Dunkelwald irgendwann haben. Jalaladidu. Didu, 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 didu. Super. Aber hier sieht es jetzt nicht so aus, als ob es irgendeine Location gibt gerade, ne? Auch wenn ich ganz ehrlich bin, sieht das hier sehr künstlich angelegt aus, alles, ne? Ne, es sieht künstlich aus. Das könnte aber das Biom sein. Das könnte das Biom sein. Ich gucke trotzdem überall rein. Hallo? Huh? Was bist denn du? Donnen. Ich dachte schon, das ist die Todesblume. Die steht auch ganz oben auf meiner Todesliste. Sag mal, sind die Bäume hier alle so halbtot? Guck mal. Jetzt fällt mir das gerade erst auf. Das ist aber kein schönes Fleckle Erde dann hier. Weißt du? Die sind ja alle... Oh, was ist das da? Ah, ne, das ist nix. Aber hier gehen wir lang. Hier gehen wir lang. Passe ich halt ein bisschen auf, wenn hier Dornen sind. Ich bin ein Laubhaufen. Ich muss schauen. Hier gibt es bestimmt die Todesblumenstrauch. Das wäre übel. Wie ich da damals schön drin stand, ne? Bis ich dann auch wirklich verändert war. Und dann erstmal kein Plan mehr wohin. Und dann sind wir irgendwo gespawnt. Und alles war doof. Da vorne kommt doch was. Das ist schon ziemlich trist hier, ne? So, auch die Farben. Also schön ist es schon. Ich finde das farblich gar nicht so schlecht. Aber guck mal, wie da so eine rosa, eine Sternlauchblume, wie das plötzlich rausschießt hier. Weißt du? Eigentlich schön. So, wir machen einen Orientierungscheck. Hier sieht es mir die ganze Zeit so aus, Leute, als ob irgendwas kommt. So, pass auf. Wir gucken. Wir gucken. Wie weit sind wir von unserer Gruschtel weg? Noch ein Stückchen können wir. Und dann können wir auch schon bald einbiegen. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Und morgen machen wir dann direkt einen Rückweg mit dem Esel. Hier muss man aufpassen. Es sind überall Dornen. Und vor allem, guck, alterle. Was ist denn das da unten zum Beispiel? Ein Laubhaufen. Hier. Die Hobbits. Die Hobbits nach dem nuklearen Angriff. Machen wir hier die Fackel hin. Haben wir keine Fackeln mit? Ich bin der Held. Ich habe keine Fackeln mit. Ne, oder? Ich habe... Da sind gestern schon in der Folge. Falls jemand aufgepasst hat, da habe ich sie auch schon nicht gesehen. Ich wollte hier mal reinglinsen gerade. Weißt du? Ha, hat er eine Höhle gefunden. Hat er eine Höhle gefunden. Hi, 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 hi. Jetzt sind wir schon wieder in der Höhle. Ah, ist nur eine kleine. Aber ich habe sie gefunden. Weil jemand mal gesagt hat, ich gucke nicht richtig, weißt du? Ha, ha. Ich sehe sogar Sachen, die man gar nicht sieht von außen. So, jetzt müssen wir nur wieder raus. Dafür sehe ich manchmal Sachen, die jeder sieht nicht. So. Fackel wieder wegschnappt. Wir machen wieder einen Orientierungsblick in den Atlas. In den Arschlas. Entschuldigung. Das ist nur jetzt rausgerutscht. Manchmal muss ich einfach sagen, was ich gerade denke. So. Wir kommen unserem Esel näher. Dornen. Alter, ist das ein ekliges Biom eigentlich, weißt du? Guck mal, wie da hinten der Horizont sich aufbaut. Interessant. Interessant. Ich laufe noch ein Stückchen weiter nach Westen. Einfach nur, um mir jetzt wirklich hier Sicherheit zu schenken, dass hier nicht plötzlich irgendwas... Das ist doch eine Stadt da hinten, oder? Nee. Nee, 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 nee. Eine Stadt ist ja nur interessant, weil sie Flossen haben könnte. Und ich liebe ja meine Flossen. Und hier. Jetzt erinnere ich mich so ganz grob. Wir waren schon mal in so einem Biom. Da habe ich damals den Grabstein abgebastelt. In diesem Mausoleum. Hallo. Habt ihr auch ein Mausoleum? Nein, aber Todesblumen, Wautscher. Wir laufen mal bis davor. Da vorne kommt doch so eine Art Schneebiom. Einfach mal durch hier. Hallo. Habt ihr Todesblumen? Ihr könnt es mir schon sagen. Ich habe keine Lust zu sterben heute. Entschuldigung. Ich passe hier gerade ganz, ganz auf wie ein Fuchs, Alter. Ich finde die ja geil, die Dinger hier. Muss ich schon mal dazu sagen, diese toten Bäume. Hat schon was. So, und jetzt sind wir hier. Der Übergang ist krass, oder? Dieses dunkle, tote Gebiet. Und dann dieses beschnete. Den Berg da hinten will ich angucken. Nur angucken. Dann gehen wir auch weiter. Ja, ein schönes Eisbad genommen, Alter. Ein schönes Eisbad in Ehren. Kann niemand. Sieht so ein bisschen aus wie bei uns die Ecke, ne? In unserem Schneebiom, leh. Wo dann da oben das Portal reingepastelt ist, weißt du? Ist hier irgendwas besonders? Nö. Die Schafe sind hier frei. Wow, ist das ein schöner Berg. Entschuldigung. Äh. Veräppelt. Veräppelt, Alter. Es hat sich gefreut. Guck mal, da oben ist diese viereckige Wolke. Ich dachte, die ganze Zeit ist ein Bildfehler. Das ist diese viereckige Nebelwolke, die ich noch nie ausgeschalten habe, ne? Da stimmt aber auch was nicht. Ich meine, so sieht es normalerweise nicht aus. Alter, er rennt schon wieder an der Nase entlang. Wir sind schon wieder voll vom Kurs weg, Leute. Ich wette. Ja, so bezaubernd ist der Berg hier nicht. Wo bin ich denn jetzt? Haja, ich laufe in die falsche Richtung. Aber genau wie bei uns ist der Esel. Nur halt in dieser Richtung. So, jetzt stimmt wieder alles. Wir essen den Apfel. Dann essen wir noch... Wir gucken mal, wie weit wir hinkommen heute. Wenn wir zurück sind, sind wir zurück, weißt du? Dann können wir auch direkt schon anfangen. Das nächste Mal. Oh, guck mal, hier steht auch ein Haufen Mohn. Was ist denn das da hinten? Was ist denn das? Ist das ein Schaf? Was hat denn das für eine Farbe? Aha. Ha. Diesmal nicht. Das haben sie dahingestellt, dass ich da runterfliege. Ist das hellgrau? Krass. Guck dir das an. Da ist schon wieder so Schlucht. Zum Glück sind die nicht doof und stürzen jetzt hier einfach runter. Komm, wir pennen mal hier, gschwinn. Flupp. Wir müssen das ein bisschen freimachen. Ein Bett steht nicht überall gerne. Halt. So. Jetzt will ich doch wissen, ob es gegangen wäre. Geht es auch auf Schnee? Ne, ne? Haben wir schon mal probiert, nämlich. So, dann schlafen wir hier kurz. Dann geht es weiter in diese Richtung, richtig? Genau. Dann haben wir schon zumindest ein bisschen diesen Bereich hier schon mal erweitert, weißt du? So, Delle. Schlafen. Es ist doch Nacht. Die Sonne ist weg. Hat keinen Zweck. Komm, lass uns pennen. Jetzt, jetzt, jetzt. Gut, dann genießen wir noch ein bisschen. Das sieht, die sehen dicker aus, die Schafe hier, wie unsere, ne? Alles klar. Gute Nacht. Guck mal da hinten. Herrlich. Schön. So, jetzt hat es geklappt. Ich habe es nur 40 Mal probiert. So, Leute. Gehen wir noch zusammen ein paar Meter in Richtung bekanntes Gebiet, praktisch. Ne? Das wäre dann... Ähm... Ah, ne? Wenn wir auf der Spur bleiben, haben wir noch einiges Unentdecktes. Das ist schön. Machen wir noch zwei Minuten. Dann verabschiede ich mich. Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Dann suchen wir den Esel. Dann nehmen wir ihn mit. Gehen wir daheim. Und Donnerstag geht es dann los mit Bauernhaus ausbauen, würde ich sagen, oder? Oder die Brücke. Ich habe auch ein kleines Tutorial gefunden, wo einer eine Mittelalterbrücke baut. Sehr, sehr schön. Vielleicht bauen wir uns die nach. Habe ich mir überlegt. Vielleicht bauen wir uns die nach. An einer Stelle. Es sind ja drei, vier kleine Brücken, die ich haben will. Ist nichts Großes. Gefällt mir aber ganz gut. Heute habe ich wieder viel mit dem Fuß wackelt. Merke ich gerade. Entschuldigung. 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 Schuldi-Dull-Dull-Dull-Dull-Dull-Digung. Guck mal. In der Masse von diesem toten Holz sieht das schon geil aus, oder? Hier, ne? Du merkst so richtig, boah, da kommen wir jetzt irgendwo hin. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Vielleicht finden wir ja nochmal so ein Mausoleum. Ich hätte jetzt schon gerne so eine kleine Location. Einfach eine Kiste mit Überraschungen drin. Hätte jetzt voll Bock drauf. Am besten mit Schokolade überzogen. So eine riesen Überraschungsei-Kiste. Okay, Leute. Hier sieht es nach Sumpfi-Mumpfi aus. Egal, wir gehen mal rüber. Wir müssen ja schauen, dass es weiter geht. Ich habe nur Angst vor Todesblumen. Das ist so alles, was mich gerade so ein bisschen davon abhält, hier Spaß zu haben. Hallo? Hier ist kein Mausoleum. Das war halt wahrscheinlich auch eine einmalige Gelegenheit, sowas zu finden. Werde ich nie wiederfinden. Aber wir können den Elektroraum mal suchen. Weißt du, da wo dieser Professor drin war damals? Den können wir uns auf die Karte zurückholen. Den habe ich nämlich verloren. Diesen Karteneintrag. Schön. In dieser Totenholzbräerie. Ha! Koru! Mein Name ist Koru. Ich weiß Bescheid. Tschüss, Koru. Koru, die Todesblume. Es war der Boss. Der Todesblumen-Boss. Hehehehe. So. Was? Ich muss... Wir haben ja kein Monster mehr an. Das kann ja nichts passieren, Voucher. Wie weit sind wir denn jetzt noch weg? Naja, wir haben es doch fast geschafft, Leute. Dann machen wir jetzt hier Rast, würde ich sagen. Dann gehen wir einfach morgen zusammen weiter. Hört ihr das nicht auf? Keine Ahnung. Sind wir noch richtig? Da vorne ist der. Wir müssen den auch suchen. Vielleicht laufe ich auch die paar Meter hin und suche ihn schon mal. Weil ich bin mir ja nicht so sicher, ob wir den gleich wieder finden. Wo? Alterle. Ist das da unten? Ist das was, was man entdecken kann? Hallo? Gleich rein. Eisen. Ohne Scheißen. Ein Eisen. Gleich mal eine Höhle gefunden, weißt du. Ein Block hat gefehlt. Ein Block. Aber hier ist auch... Doch, da hinten dran geht es weiter, Alter. Ich muss da reingucken. Ich kann es ja jetzt nicht einfach nett machen, weißt du. Irgendwann finde ich mal so eine unterirdische Geschichte. Und dann wissen wir wieder, warum wir reingeguckt haben. Hier. Ist doch super. Nehmen wir uns ein bisschen Eisen noch mit. Als ob wir nicht gerade genug gesammelt hätten, ne. Ich will jetzt auch keine Höhlenrunde machen. Ich habe gedacht, ich schlinz mal kurz hier rein. Ja, komm aber, wenn es hier schon so rum... Hajo, das geht jetzt halt bis in die Tiefen der Tiefen, weißt du. Wir gehen jetzt wieder raus. Ich lasse die Fackel mal hier an. Dann sehen wir uns morgen wieder, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wir holen uns morgen den Esel. Dann gehen wir zügig heim. Und dann gehen wir weiter in die nächste Baugeschichte rein. In die nächste kleine Bauserie. Mal gucken. Entweder die Brücke. Oder am Bauernhaus ein Dächle drauf machen. Schön den zweiten Stock fertig machen. Oder, oder, oder. Oder, oder, oder. Komm, oder. Alles klar. Wir sind nicht mehr weit weg davon. Hier irgendwo war Nerkie. Wir können ja nochmal in die Stadt, wenn wir wollen. Aber wisst ihr jetzt nicht, warum. So, wir machen einfach jetzt hier uns schön ein bisschen Platz der Altele nicht. Dann stellen wir hier das Bett hin. Und dann warte ich hier morgen auf euch. Bis dann. Da.